Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Nina und heute kümmern wir uns ganz um unsere Körpermitte. Eine starke Körpermitte ist beim Yoga wichtig, um Asanas halten zu können, die primär kraftbasierend sind. Eine starke Körpermitte ist aber auch für alle Nicht-Yogis natürlich sehr wichtig. Deswegen seid ihr alle dazu eingeladen, dieses Workout zu machen. Ich bin kein Fan von Feel hilft viel, deswegen gibt es heute was Simples, aber Effektives. Und zwar, 40 Sekunden on hollow hold, into 40 Sekunden hollow rocks, into 20 Sekunden rest. Dann, 40 Sekunden superman hold, into 40 Sekunden superman rocks, into 20 Sekunden rest. Und finally, 40 Sekunden plank hold, into 40 Sekunden plank hip twist, 20 Sekunden rest. Das war eine Runde und das machen wir dreimal. Ihr braucht nichts weiter als bequeme Kleidung und eine Unterlage. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.